Der Satz von Castigliano liefert eine Möglichkeit zur Berechnung der Verschiebung eines Kraftangriffspunktes. Genau dies soll in diesem sehr einfachen ersten Beispiel behandelt werden. Wir haben einen Kragträger, welcher links eingespannt ist und an diesem anderen Ende eine Kraft F wirkt. Die Biegesteifigkeit EJ des gesamten Trägers ist konstant. Zu bestimmen ist nun eben die Verschiebung des Kraftangriffspunktes hier. Was sagt der Satz von Castigliano aus? Sie stellen sozusagen Energie auf, leiten die irgendwie ab und kriegen dadurch die Durchbiegung an einer bestimmten Stelle. Das ist das, was passiert. Also eine Kraft führt, wie wir wissen, aus der Mechanik 1a zu Schnittgrößen, insbesondere zu einem Schnittmoment, zu einem Biegemoment. Und wenn man jetzt auf reine Biegung abstellt, dann ist die Energie, die man braucht, wirklich nur aus dem Biegeschnittgröße, Biegemoment zusammengesetzt. Und das heißt, die Kraft führt zu einer Verschiebung des Punktes, wo die Kraft angreift. In der Richtung, wo die Kraft wirkt. Das ist wichtig. Also eine Kraft, die nach unten wirkt, führt zur Verschiebung des Punktes nach unten. Logisch. Und die kann man herleiten oder ausrechnen, indem man die Energie nimmt. Im Allgemeinen lautet die Beziehung, die schreibe ich noch einmal her da oben, die Verschiebung des Kraftangriffspunktes ist fertig abgeleitet. Ich halte mich jetzt nicht mit Energien oder so auf, sondern nur die Formel, die man anwenden muss, um den Satz von Castigliano anzuwenden. Ist 1 durch Biegesteifigkeit. E mal I hat Biegesteifigkeit geheißen, wer sich nicht mehr daran erinnert. Die ist konstant angenommen. Integral über die gesamte Trägerlänge. Wenn es verschiedene Abschnitte gibt, haben Sie gesehen, bei den Übungsbeispielen muss man natürlich wieder verschieden integrieren, weil ja verschiedene Schnittgrößen rauskommen. Und Biegemoment mal die Ableitung des Biegemomentes nach der Kraft integriert über X. Das ist für reine Biegung und konstante Biegesteifigkeit nach Castigliano, die Verschiebung des Kraftangriffspunktes. Das muss man sich merken in Wirklichkeit. Gut. Und ja, da ist I und J irgendwie bei mir immer austauschbar betrachtet. Also man sieht ja aus dem Kontext, was ein Flächenträgheitsmoment ist und was ein Massenträgheitsmoment ist und das ist nicht immer konsistent, was wie heißt. Wenn die Vorlesung J schreibt, dann schreibe ich A J. Dann schreibe ich da A J. Was muss man hier tun? Naja, man muss einmal die Skizze ergänzen. Ich glaube, das ist aus den Antwortmöglichkeiten eh hervorgegangen, dass der Träger L lang ist. Was braucht man? Schnittgrößen. Wir müssen zumindest die Schnittgröße Biegemoment bestimmen, weil sonst kann man den Satz von Castigliano nicht anwenden, wie man sieht. Von welcher Seite würden Sie vorschlagen, dass wir schneien? Ja, also von der Kraftseite weg. Wobei, in Wirklichkeit ist es komplett egal. Ich bleibe jetzt momentan aber noch dabei, dass ich die Laufvariable trotzdem von links laufen lasse. Also von links betrachtet, aber nach wie vor von rechts geschnitten. Und dann habe ich hier, dass wir das auch nochmal wiederholt haben, die Laufvariable x. Das heißt, da bleibt mir das komplementäre L-x über. Und das Biegemoment wirkt dann, weil man am negativen Schnittufer ist, in die negative Richtung. Liefert also schnell ausgerechnet ein minus f mal L-x. Die Ableitung nach f lässt nur das f verschwinden, ist also minus L-x. Das heißt, unsere Verschiebung ist 1 durch Ej dann in dem Fall. Integral 0 bis L. Minus, das lasse ich gleich weg, f mal L-x mal, ja, L-x machen wir ein Quadrat draus. Integriert über x. Liefert also f ziehen wir raus durch Biegesteifigkeit. L-Quadrat x, das ist das L-Quadrat, wenn man es ausintegriert, oder Sie machen gleich die Integration der gesamten Klammer, wie es Ihnen lieber ist. L-Quadrat x minus 2 mal L-x Quadrat halbe, da haben wir ein x vorhanden gehabt, plus x der dritten Drittel zwischen 0 und L. Liefert zusammengezogen. Einmal hier ein L der dritten und da kürzt sich der 2 raus, dann haben wir da auch L der dritten, wenn man die Grenze einsetzt, die obere. Das heißt, die beiden Terme heben sich auf und es bleibt nur das x der dritten Drittel übrig, das dann zu einem f mal L der dritten durch 3 e j wird. Das ist die Verschiebung an dieser Stelle f. Gut, also so im Prinzip funktioniert es für jeden Träger und für jedes auch noch so komplizierte Problem. Man muss nur dann halt die Schnittgrößen entsprechend bestimmen und die Integrale richtig durchführen, jeweils mit den richtigen Grenzen in Anbetracht dessen, was man mit den Schnittgrößen gemacht hat. die Schnittgrößen gemacht hat. Vielen Dank.